Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Essence im Live-Let's-Play. Auf nach Sarajevo! Ehrlicherweise der Anfang vom Ende von Nord. Machen Sie uns stolz, Commander. Aber ich versuch's. Cain rüstet sich im Prime-Tempel in Sarajevo zum letzten Gefecht. Schalten Sie die dort stationierten Truppen aus, zerstören Sie die umliegenden Anlage und deaktivieren Sie die Störsände, die den Tempelkomplex vor Energiewaffen schützen. Nachdem unsere Ionenkanone in Kürze wieder online sein werden, käme dem GDI-Oberkommando ein Ausfall der Störsände sehr gelegen. Denken Sie aber daran, dass Cain und seine Forschungsminister im Prime-Tempel einer flüssig-Tiberium-Waffe mit unvorstellbarer Zerstörungskraft arbeiten. Sie dürfen die Ionenkanone keinesfalls ohne vorherige Autorisierung gegen den Prime-Tempel einsetzen. Ein Angriff könnte das flüssige Tiberium im Tempel zünden und eine Kettenreaktion in den Tiberiumfeldern der gesamten gelben Zone auslösen. Die Explosion wäre verheerend und könnte mehrere Millionen Opfer fordern. Der Einsatz der Ionenkanone ist also eine Entscheidung, die auf oberste Ebene der GDI-Befehlskette getroffen werden muss. Die Störfeldgeneratoren verhindern einen möglichen Angriff der Ionenkanone der GDI. Sie müssen zerstört werden, um Nord zu besiegen. Auf zur Front. Feindliche Einheiten in sich. Ich bin die GDI hier in Sarajevo. Macht sie fertig. Balloption wird gebaut. Ich hier in Sarajevo, ja. Ich habe so eine scheiß Pflege, die jetzt gerade mich vor der Nase herumfliegt. Ich würde sie gerne bitten, fliege, hauen sie ab. Neue Bauoption wird gebaut. Was macht der Wurfarm? Irgendwann in der Notspieler hat die GDI hier die Basis, aber ich sage mir so, pff. Jetzt habe ich mich... Oh, noch ein Mammut. Jetzt habe ich mich so weit nach vorne platziere. Ah, Orbiter Debo... Oh Gott. Du bist Mammut Walker MK2. Hm. Ja, nicht Mammut Panzer, Mammut Walker. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Oh, Mammut ist Mammut. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Shockwave. GDI Kron... Ah, okay. Dann kann ich sie halt eben rufen. Man darf aber nur ein einziges davon haben. Okay. Unbesiegbar. Interessant. Bau abgeschlossen. Erstmal... Neue Bauoptionen. Zwei Sammler. Wird gebaut. Dann wollen wir erstmal ein bisschen was erfahren. Da oben gibt es Ressourcen und da unten gibt es Ressourcen. Das will ich alles haben. Auf zum Tiberiumfeld. Ah. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Und dann wird es bis... Obwohl, wir kriegen ja wahrscheinlich die Juggernauts, ne? Auf zum Tiberiumfeld. Das wird dann lustig. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Lustig, lustig. Tralalalala. Wir kriegen Dinge, die wir hier kriegen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Ah. Wird gebaut. Erstmal eine Kaserne. So, auf jeden Fall die Sub-Clip-Arunds. Damit meine Einheiten stärker sind. Äh. Schade, dass ich die zweite davon gleichzeitig bauen kann. Rapness, Rocket, Hurl, Wind, Deployed. Ah, da steht das also. Cool. Was ist denn die Frage? Ist hier schon das gesichert oder nicht? Ja, doch, 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 doch. Da sind, äh... Ich weiß ganz genau, was da ist. Aber ich baute schon trotzdem mal die zwei. Was ist los, Katze? Was maust du mich so an? Ah? Hier ist Platz. Kannst du dich auf den Schlafplatz legen. So wie immer. Jawohl. Ja, hier sind die erst da hinten. Das ist... Alles klar. Das wird trotzdem nervig, weil die von allen Seiten angreifen wollen. Feindliche Einheiten in sich. Die schießen vier Raketen? Okay. Was? Achso. Äh. Ja gut, das ist klar. Bau abgeschlossen. Auf sieh. Mach sie fertig. Und Technologiezentrum. Neue Bauoptionen. Jetzt fährt das echt groß. Feindliche Einheiten in sich. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Haltet die Stellung, Soldaten! Ja. 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 Na komm, tu ich das. Sonic-Chain, bereit zu gehen. Bereit, wenn du bist. Bereit für die Battle. Ja, auf jeden Fall die reaktive Rüstung will ich auch noch haben. Einheit wird angegriffen. True Verstehen, bereit. Sonic-Chain, bereit zu gehen. Resonance-Status-Green, moving. Mit euch sollte ich das schaffen. Ach, das Rückenkissen machen wir wieder höher schieben. Hey. Ganz schön runtergerutscht. War schon nicht immer am Rücken, sondern woanders. So. Dann kommt mal einer mit. Wirkt gebaut. Nur die ruhigereichenden Mittel. Alles klar. Könnte funktionieren. Bin ich in den Hirn? Ah, das ist die Frage, wo ich sie... Dort hin, dann könnte ich das... Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird anbüren. Macht das wirklich da hin. Resonance-Status-Green. Best behalten Sie. Bereit für die Battle. Resonance-Status-Green. Irgendwann kriege ich meine Jugger-Notes. Irgendwann. Na Katze, was machst du da? Musste ich die seltsamsten Wege gehen, um zu dem Schlafplatz zu kommen? Katze, was ist das? Katzen. Äh. So passt das. Und tschüss Katze, haut wieder ab. Sag, Katzen können sich nicht entschäuben. Upgrade abgeschlossen. Sammler wird angegriffen. Das war jetzt direkt hier. Rüstung. Sonic Tank, bereit zu gehen. Bereit für die Battle. Gehen. Äh. Starve-Einheit geordnet. Unzureichende Mittel. Zerstört die Kristalle auch mit denen. Das ist ein bisschen unverteilhaft, aber das ist okay. Unverteilhaft, aber okay. Feindliche Einheiten in sich. Vorsicht. Sonic Tank, bereit zu gehen. Näher an uns Tiberiumfeld. Okay, wir gehen mal nach oben. Einheit wird angegriffen. Ey, Massen von denen wird mir das bieten, äh. Wird das schon schaffen, irgendwie. Wird repariert. So, aber ich kann. Ja, ich muss halt eben den bauen. Die anderen Reform. Weil so einen normalen Rig kann ich, darf ich einfach nicht bauen. Der wurde durch den Wolverine ersetzt. Von dem Platz her. Eigentlich ist es hier das BMT. Und hier das, ich glaube, hier ist das. Ne, das ist. Normalerweise haben die. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Jetzt offiziell. Unbereigneter Bauplatz. Äh, warum darf ich da nicht hinbauen? Wollte ich ja den Kieren. Neue Bauoptionen. Sonic Tank, ready to go. Äh. Buckarick, ja. Einheit wird angegriffen. Hört doch auf. Haben die euch irgendwas getan? Nein, gut. Finde ich auch. Teuer sind die. 2000. Mit der Zeit kriegen sie halt eben. Irgendwann die Level ab. Sonic Tank, ready to go. Wo sollen wir hin? Genau da hin. Aber das kommt noch von der anderen Seite. Die haben die Therapierung, Raketen? Oh. Feindliche Einheiten in sich. Ach, die haben so oder so Reparatur. Oh. Auch ohne, dass es untergesetzt werden muss. Okay. Sehr schön. Und dann will ich mal doch die Ray Guns jetzt erforschen. ICM Container? Das war vorher noch nicht da. Upgrades all Orca-Fighters, Orca-Bombers und Fioxx-E7-Containers. Improves defensive Cavalive aircraft. Ah, das hat die Rüstung. 20%. Die haben wir Sammler. Ja, wir haben die Sammler. Rick ist bereit. Vorsicht mit dem Zeug. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Lader bereit machen. Rick, Einsatz bereit. Systeme bereit. Sonics Rehe wären dann soweit. Äh. Der war mehr. Dann bitte noch ein Rick. Wir haben mal noch ein Kraftwerk. Jawohl. Sammler wird angegriffen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Man kann sich selber reparieren, immerhin. Einheit befördert. Bau abgeschlossen. So. Ich mach mal zwei in die Richtung. Wird gebaut. Wird gebaut. Warten auf Einsatzbefehl. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unser Basis wird angegriffen. So. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Bau abgeschlossen. Resonant Status Green. Sonics Powered Up. Sehr schön. Sonics Red. Sehr schön. Sonics Powered Up. Ready for battle. Das Problem ist, wie gesagt, jetzt nur die... Die Obelisken, die dort sind. Was hast du? Ich gehe. Gib ihnen hell. Oh, du bist jetzt Held. Cool. Puh es auf. Hehehehehehe. Äh. Ja, scheiß auf die Raketen, die da sind jetzt. So, du kommst mit. Oh, ich kann die Mutantenhütte da einnehmen noch. Ausbildung. Upgrade abgeschlossen. Wird gebaut. Neues Bonus Ziel. Ja. Da waren sie die Mutantenhütter. Stoffeinheit geortet. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Unutiberium benötigt. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Zielgebiet sichern. Was passiert? Werdet ihr zu Viskoriden? Nein, natürlich nicht. Einheit wird angegriffen. Wie lange brauchen die dann, um ein Level-A-Foot zu kriegen? Ich kann das... Warum... Kannst du das nicht erobern? Warum hast du einen Ausgang? Neue Bauoptionen. Einheit wird angegriffen. Achso, für den... Ist ja... Ausbildung. Trash-Vehicles, Anni-Aids-Feed. Can shoot over Structures and Vaults. Anti-Air-Graph-Rail... Oh Gott, ja schön. Nett. Ah... Wer von euch? Oh, ich kann doch einen Kodiak holen. Ich dachte, ich kann einen Meter davon holen. Improved Experience, Gain and Defense capabilities of GDI Units bei 10% mehr. Okay, XP und bessere Panzerung ist doch... Ja, ja, klar. Warum nicht? Stimmt, das ist ja irgendwann so, dass die... Nochmal, hä? Ist hier nicht ein... Okay, doch, 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 der ist da. So, ich brauche einen Rik hier oben. Genau, du. Wo ist das? Wird gebaut. Die Ionenkanone nähert sich dem Zielorbit über Sarajevo. Ach. Bitte machen Sie sich bereit für manuelle Steuerung. Ja, ja. Na, noch nicht. Da klauen die meine Ressourcen einfach. Ja, Sir. Das Problem ist, der fährt jetzt... Entweder wird er zerstört, oder wird nicht zerstört. Bereit für die Krieg. Oh Gott, das ist der Kodiak. Oh Gott, man kann die noch updraden. Und den auch. Nee, das... Ja, Fongtappert, bitte. Ich muss aber Sicht drauf... Nee, ich muss keine Sicht drauf haben. Okay, aber der muss in der Nähe sein. Komm mal her. What the... Okay. Navigation, let's go. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Die Leer... Das ist das Problem, dass die Scheiß-KI lernt, wo sie Einheiten zu platzieren haben. Sonik, bereit zu gehen. Sonik ist bereit. Got it. Unzureichende Mittel. Das ist ein Viskurid. Leute. Oh, nice. Sonik Tank, bereit zu gehen. Adjusting Position. Aber ich krieg trotzdem keine... Ich... Okay, jetzt baue ich das... Mal. Wart auf. Komm, hast du Geld. Anderweitig. Stealth-Einheit geortet. My crew stands ready. Alter. Die Strahle, den er rauslässt. Äh. Feindliche Stützpunkt in sich. Size Matters. Ja. Hey. Feindliche Einheiten in sich. Wie nah, wie nah musst du ran? Oh. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er mich ankam. Oh. Super. Ach so, stimmt. Du bist ja da. So. Guten Tag. Die Ionen-Kanone ist online und steht zur Verfügung, Commander. Take him out. En route. Ich habe jetzt schon fast Schrott. Ready for battle. Move out. Ja, die ganzen Sammler wurden hier getötet. Size Matters. Size Matters, ja. Die Avan done so weit. Die Größe zählt. Wie der Mammut-Panzer dann sagen würde. Defensiv-Systeme aufgeladen. Ah. Ich könnte es auch einfach öfter einsetzen, ne? Ionen-Kanone aktiviert. Die braucht nur drei Minuten. Zum Aufladen. Ernsthaft? Ja, der macht echt nicht viel Schaden. Aber im Original hat er auch nicht so viel Schaden gemacht. Ich brauche nicht immer Sicht drauf haben. Der kann überall hinkommen. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Stützpunkte in sich. Einheit wird angekündigt. Okay, hau mal ab. Ich, ne? Kannst du abhauen. Sehr schnell. Das ist diese Buff-Zone. Boah, der kann... Ah. Meins. Okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich die Juggernauts nicht kriege. Einheit wird angekündigt. Aber er hält auch relativ gut aus. Oh, der macht schon Schaden. Macht schon Schaden. Einheit wird angekündigt. Nur, dem kann er nicht so nach hinten dann angreifen. Andere haben übrigens ihre Türmchen, die dann einfach nach hinten sich drehen können. Der hat dann höchstens seine Raketen oben drauf. Aber hört sich cool an. Ähm, was machst du mit deinem Fuß da? Hast du deine 10-Nägel angeguckt? Sonic Tank, bereit zu gehen. Ja, warum? Sonic ist aufgerufen. Stealth-Einheit geortet. Wird gebaut. Er macht weniger Schaden, als ich dachte. Channel ist all yours, Command. Bauer aufgerufen. Alle, bleiben alert. Wird gebaut. Battle Station reportet. Sonic Tank, bereit zu gehen. Aber wie triggert man die Juggernauts? Ah, ich glaube, ich verstehe, wie ich die Trigger, äh... Erwarten Befehle. Ist okay. Ja. Durch die Oberlisken wahrscheinlich. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Power engagiert. Ich kann da trotzdem nicht rein. Ich darf da nicht rein. Bin bereit. Transport ist unterwegs. Nähere mich der Landezone. Sonic Tank, bereit zu gehen. Stealth-Einheit geortet. Feindliche Einheiten in sich. Die Wunen-Kanone bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Alter, dieser Scheiß. Selbstmördviech. Drecksdinger. Ei. Gehen die mir auf den Piss. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Sonic Tank, bereit zu angegriffen. Nichts anderes macht mir so Probleme wie die Drecksdinger. Bau abgeschlossen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ausbildung. Unsere Basis wird angegriffen. Alles bereit. Kommst da einfach nicht rein. Warum? Resonanz-Status green. Auf zum Tiberiumfeld. Alles bereit. Wie soll ich das denn bitte erobern? Stealth-Einheit geortet. An die Arbeit. Oh, da... Wow, weil da so ein Scheiß-Zaun im Weg war. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Oh, what? Reimdienstdaten aktualisiert. Äh. Unsere Basis wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Okay. Deswegen sieht das Gebäude so groß aus. Wird gebaut. Wird gebaut. Das erklärt sie natürlich. Vorsicht mit dem Zeug. Moment kurz. Ich hab gleich was für dich. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Hier, Rayguns. Unsere Basis wird angegriffen. Ernsthaft. Wird gebaut. Power engaged. Kriegt er auch irgendwann sein Level ab oder eher nicht? Bau abgeschlossen. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Takt Marodeure. Flag Trooper Squad. Oh Gott. Stealth und Tibi. Oh Gott. Ach, der Hund. Oh, ich hasse diese Hunde immer. Ich hab die immer gehasst. Hunter. Oh, Stalker. Hey, Checker. Capture Vehicle. Oh. Ach der. Äh. Pitbull. Humvee. Ernsthaft? Sensor Array. Cool. Hut und Master Don'tang. Gunports. Infidicant attack from inside. Uh. Nett. Wir werden kämpfen. Wir sind nicht wie die anderen. Wir werden kämpfen. So, kommt her. Das sollte jetzt die hoffentlich nicht triggern, die Juggernauts. Papa will Juggernauts. Ja, Sir. Beginn mit der Ernte. Size Matters. Oh, du hast... Uh, der hat mittlerweile mein Level ab. Ich werde den unbedingt auf Feld haben. Immer noch nicht. Wie trigg... Wie müsste ich doch so getriggert haben? Stealth-Einheit geöffnet. Commander, was ist die Nachfrage? Ah. Wird gebaut. Ich muss meine Landeplattform bauen, damit ich den reparieren kann, glaube ich. Okay, Moment. Bau abgeschlossen. Äh. Okay, über da. Ausbildung. Brauchen Sie los. Komm mal dahin. Ausbildung. Die sind auch... Interessant. Die sind etwas teurer. Die brauchen auch noch etwas länger. Wir werden kämpfen. Okay, äh... Stealth-Einheit in sich. Stealth-Einheit in sich. Stealth-Einheit in sich. Wir werden kämpfen. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Ungeeigneter Bauplatz. Mann, lass mich das auch so platzieren. Danke. Battlestation-Report. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Ready for battle. Move out. Stealth-Einheit geortet. Brücken in den Big Guns. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. 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 Und das jetzt das Richtige dann ist. Wir werden kämpfen. Feindliche Einheiten in sich. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Sie werden uns nie vergessen. Wir werden kämpfen. Einheit wird andere. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Oh Gott, ich will nicht zu viele machen. Wir werden kämpfen. Abgebrochen. Weiß unterbrochen. Abgebrochen. Arketen-Trop-Einsatz-Bereit. Vorsicht. Ja. Schau mal, wird repariert. Wie hoch ist die Reichweite davon? Das will ich immer noch wissen. Ah. Ah. Ja. Jetzt muss ich... Ja, jetzt kriege ich die Juggernauts. Der Juggernaut ist ein schwerer Artillerie-Walker. Er verursacht großen Schaden und hat eine enorme Reichweite. Starve-Einheit geordnet. Der Juggernaut hat die Fähigkeit von Schafschützen, die ihm markierte Ziele unter Beschuss zu nehmen. Einheit geht. In der Waffenfabrik können jetzt Juggernaut-Panzer gebaut werden. Everyone stay alert. Da. Himmlerlauf. Oh, Alter. Wir haben jetzt... So sieht man, wie die Vanille aussehen. Aber durch das Upgrade sieht die echt cool aus. Juggernaut erwartet Befehle. Worauf warten wir? In Bewegung. Okay, Männer. Cool. Sonic's ready. Himmlerlauf. Jetzt werde ich davon ein paar spammen. Sehr, 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 sehr viele davon spammen. Schade, dass ich keinen Scan habe. Könnte aber noch das Arsenal bauen. Dann hätte ich das Gebäude einmal gebaut. Ziel wählen. Oh, guck... Avatar, War, Meg, alle... Okay, alles klar. Oh, da bist du mittlerweile auf Stufe... Ah, da bist du mittlerweile in die Tat. Und noch kein Held. Okay, der Mk... Also 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 der Mk... Ist doch stärker als gedacht. Stärker als der Kodiak. Definitiv stärker. So. Es sind... Fünf? Verstanden, Commander. Zwei? Ja, okay. Dann... Dann... Seid ineinander. Ist okay. Hiermit kann ich Veteranen... Ja. Wieso? Was machst du denn hier? Achso. Achso, das ist der... Stimmt, der ein automatischer... Oh Gott. Äh... Nein. Nein, 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 nein. Könnte mir der Sniper natürlich auch die... Mein Spaß haben. Im Leerlauf. Aber ne. Juggernaut erwartet Befehle. Schade, dass das nicht so wie bei anderen... Bei Blizzard spielt vor allem... Nein, wenn du mehrfach ausfällst, dass du irgendwann solche... Richtig lustigen oder absurden... Ähm... Gespräche dann kommen. Klar, dass es nicht ist. Da ist... Da sind die Avatars. Die Avatare. Immer noch nicht. Schade. Oh Gott, der ist mittlerweile Held. Unterschied zwischen Held und nicht Held. Einfach doppelte Eingriffsgeschwindigkeit. Zusätzlich. Hat ne Regeneration und ist stärker. Ist so geil. Oh cool. Systems online. Das will ich trotzdem den irgendwann mal auf Held haben. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Ionenkanone bereit. Ionenkanone bereit. Machen wir die jetzt auch noch weg. Weg mit den Obelisken. So, dann wollen wir mal speichern. Ich will auch irgendwann meinen Gegner rein. Und ich will mal zwischenspeichern. Einheit verloren. Feindliche Einheiten in sich. Nur, ich habe kaum was gegen Luft. Ich habe gar nichts gegen Luft. Außer vielleicht... ...den Kodiak. Komm, ich versuche es einfach mal. Wird gebaut. Juggernaut erwartet Befehle. Feindliche Stützpunkt in sich. Feindliches Kommando entdeckt. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Irgendwo da oben. Channels all yours, Command. Einheit befördert. Flieg und Sieg. Hallo? Danke. Einheit wird angerufen. Das sieht schon cool aus. Helmsmann, take us there. Einheit wird angerufen. Put them down for good. Was auch mal das ist? Sie fahrt in die Tiberium-Chemie-Fabrik. Oh Gott. Neues Bonus-Ziel. Einheit verloren. Ich habe keinen Bock in... Ne, ich habe keinen Bock auf diese Bonus-Ziele. Sorry. Möchte ich einfach nicht. Einheit wird angerufen. System ist online. Ich nicht möchten. Guck mal. Oh. Die machen das so. Oh Gott. Der Kommando hat ihn getötet. Oh ja, stimmt. Oh, stimmt. Der Cyber-Commando. Der haut rein. Oh. Stimmt. Das war ja... Er hat nämlich ein Tiberium-Sun. Oder... E... Ähm. Ja, doch. Er war schon ein Tiberium-Sun, glaube ich. Er hat reingeschissen wie sonst was. System ist der Einheit geautet. Jugger-Naut erwartet Befehle. Wir sind durch den äußeren Mauerring durchgebrochen. Komm, hopp. Ja, jetzt ist er hält. Hören Sie zu, Sie langweilen mich, Commander. Wenn Sie es wagen sollten, diesen heiligsten aller Tempel anzugreifen, dann mache ich persönlich Jagd auf Sie. Ich erledige Sie wie einen räudigen Straßenköter. Wuff, wuff. Was sage ich denn nur? Wuff, wuff. Oh, der hat ein Level abbekommen mittlerweile. Komm, du komm mal hierher. Ja, hast du vielleicht mehr Spaß? Ja, ja, Ionen-Kanone-Bereit. Ich hasse dieser scheiß Dreien-Kricks-Fiecher. Ah. Entschuldigung, der Sniper... Kann ich mir Sniper wiederholen? Verbiere mich der Landezone. Dagegen, dafür. Einfach Geld ausgeben. Da oben, da oben ist das Drecksding. Oh, 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 oh. Okay, du musst mal kurz weg. Hallo? Nein. Du musst dich mal reparieren lassen. Streck damit. Einsatzziel erreicht. Einer der feindlichen Störfeld-Generatoren wurde zerstört. Bleiben noch zwei. Weg damit. Aber in Tiberium Sun mussten sie sich erstmal aufstellen. Also man musste sie sich aufstellen lassen und dann haben sie auch so wirklich so... Die haben praktisch wirklich so von oben, halt eben runtergeschossen. Einmal so eine... Parabel haben sie geschossen. So, müsste es wieder repariert sein. Nicht wirklich. Einheit wird angegriffen. Size matters. Heavy Firepower. Juggernaut erwartet Befehle. Juggernaut bereit. Piu-Piu. Unzureichenden Gip. Ziel B. Wo ist der Zweiter? Das ist der Zweiter. Bring in die große Schäden. Komm, wenn wir jetzt komplette Ruhe überall haben. Aber die Haul haben nicht so reingehauen. Also im Original-Let's Play oder Real-Let's Play kamen die mit 50.000 Avataren. Kamen wirklich mit 50.000 Avatar-Einheiten und dachte ich mir so, what the fuck, was ist mit denen falsch? Hält auch viel aus, macht aber auch, dementsprechend, auch wenig Schaden. Na dann, schieß mal. Hallo? Piu. Auf zur Front. Einsatzt, die Einheit wird angegriffen. Einsatzt, die sind erreicht. Der zweite feindliche Störfeld-Generator wurde zerstört. Fiel nur noch einer. Da ist er zwar schießt. Der Prime-Tempel ist in Sicht, Commander. Juggernaut erwartet. Es wurden sämtliche Störfeld-Generatoren zerstört. Energiefeld deaktiviert. Initialisiere Video-Ablinken. Tja, Commander. Ich hab mich geirrt. Sie waren hervorragend bei der Einnahme des Tempels und ihr Timing war bewundernswert. Nod war fast fertig mit dem Bau der Flüssigtiberium-Bombe. Aber die Materialien konnten wir in Sicherheit bringen. Berichte besagen, dass sich Cain und sein innerer Zirkel verbarrikadiert haben, und zwar in den Katakomben des Tempels, die für uns leider uneinnehmbar sind. Also müssen sie dieses Park wohl aushungern. Sagen Sie mal, General, unser A-Set-System ist doch wieder online, oder nicht? Wollen Sie etwa die Ionenkanone einsetzen? Nein, General, ich will es nicht nur. Ich befehle es sogar. Ihnen ist klar, dass wir über eine Anlage reden, in der Flüssigtiberium produziert wurde. Eine Ionenexplosion hätte verheerende Folgen für die Region. Sandra, Dr. Giraud in Brasilien. Er ist unser führender Tiberium-Experte. Hoffentlich kann er Ihnen das ausreden. General, das ist eine not-kontrollierte gelbe Zone. So verheerend die Folgen eines Ionenangriffs auch sein mögen, meine Sorge gilt nicht den Bewohnern dieser Region. Meine Sorge gilt allein unserem Volk, der GDI-Bevölkerung. Sie erwartet von uns die versprochene Rache für die Philadelphia. Meine Güte, Ihre politische Glaubwürdigkeit ist doch nicht in Frage gestellt. Entschuldigen Sie, General, aber Dr. Giraud wird vermisst. Anscheinend wurde er von Nord entführt. Na, das war's dann wohl. Commander, ich möchte, dass Sie die Sache beenden, und zwar für alle Zeiten. Empfange Nachricht. Das GDI-Oberkommando befiehlt den Einsatz der Ionenkanone gegen den Prime-Tempel. Allerdings muss man jetzt sagen, wenn man das jetzt so spielt und nicht drüber weiter nachdenkt. Ich hab's auch erst durch jemanden erfahren. Man schießt die Ionenkanone ab und man opfert hier alle Einheiten. Alles, was hier ist. Opfert man ja theoretisch. Allerdings ist zwischen jetzt dem Einsatz der Ionenkanone, also dem jetzigen Zeitpunkt und dem Einsatz der Ionenkanone, sind 72 Stunden vergangen oder 48 Stunden. Auf jeden Fall sind da mehrere Tage vergangen. Also man opfert theoretisch hier nicht seine Einheiten. Außerdem ein Juggernaut da. Dabei wurden Cain und ein Teil seiner Mitstreiter wohl getötet. Außerdem führte die verheerende Explosion, durch die das Flüssigtiberium-Lager unter dem Tempel zerstört wurde, zu einem tödlichen Fallout und zur Kontamination des größten Teils von Osteuropa. Noch ist nicht geklärt, ob es sich um einen Unfall handelt oder um einen letzten verzweifelten terroristischen Angriff Cains. Die einzige Stellungnahme der GDI war bisher dieses Statement vom amtierenden Direktor Boyle. Der Verlust dieser unschuldigen Leben ist einfach unvorstellbar. Aber wir sehen auch etwas Gutes in dieser furchtbaren Tragödie. Es ist die Tatsache, dass Cains Schreckensherrschaft jetzt zu Ende ist. Und dafür sollten wir allen besonders dankbar sein. Dankbar, bla 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 bla. Hopp, fertig. Ja, äh, 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 hat mich nicht interessiert. Es tut mir nicht leid. Akt 4. Ui, ist auch schon soweit. Wir erfahren gerade, dass die JPL-Raumüberwachung sechs unbekannte Objekte geortet hat, die sich mit beinahe Lichtgeschwindigkeit dem Erdball nähern. Sie scheinen in unseren Orbit eintreten zu wollen. Wissen wir, woher sie kommen? Das ist unklar. Wir entdeckten sie zuerst im Kuipergürtel jenseits des Neptuns. Danke. Was gibt es, Sandra? Die Ionenkanone wurde aktiviert, Sir. Wer hat das befohlen? Direktor Boyle. Da sehen Sie es, auf Set 3. Um 15.37 Uhr Eastern Standard Time stürzen 39 außerirdische Raumschiffe über den Roten Zonen aller Kontinente ab. Die Herkunft der Raumschiffe bleibt nach wie vor ein Rätsel. Über ihre Absichten gibt es jedoch keinen Zweifel. Redaktive Publikum Kommander, ich habe jetzt für Sie eine streng vertrauliche Information. 2028 konfiszierte die GDI eine komplexe Datenmatrix von Nord. Sie ist eindeutig nicht von dieser Erde. Nord nennt sie Tacitus. Wir haben versucht, die Daten zu entschlüsseln. Sicher ist nur, dass Sie uns vor einer zukünftigen Alien-Invasion warnen. Die aktuelle Invasion dürfte in direktem Zusammenhang mit der Flüssigtiberium-Explosion stehen. Egal, welche Verbindung zwischen Nord und den Invasoren besteht, es werden nicht nur blaue Zonen angegriffen. Auch einige gelbe Zonen und Nord ist nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Diese Aufgabe fällt also der GDI zu. Ich spreche offen mit Ihnen, Commander. Die Lage ist extrem kritisch. Aber Sie sind der Beste, den wir haben. Deshalb schicke ich Sie auf eine höllische Mission. Nach Deutschland. Kersi zeigt Ihnen, womit Sie es zu tun haben. Ich kann immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Also gut, Commander. Ich weiß nicht, was Sie über New Eden gehört haben. Es war die erste gelbe Zone, die zu einer blauen Zone wurde. Und seitdem ist sie ein geheimes Forschungszentrum der GDI. In München in unserem Future Tech Labor wurde sogar eine Analyse erstellt über die Vorgehensweise der Invasoren. Aber leider steht München jetzt unter Beschuss und das FT-Labor wurde zerstört. Einige Ingenieure konnten aber entkommen und fahren in einem Konvoi Richtung Salzburg. Das ist gleich hinter der Zonenabgrenzung, wie wir wissen. Commander, dieser Konvoi muss in Salzburg sicher ankommen. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen die Screens schlagen werden. Von daher, habt noch einen schönen Abend. Bis dahin. Cheerio. Ich bin gespannt, wie wir uns gegen die Zonenabgrenzen sind.